DAX Open End Turbo GB 2 A 97 11.06.2020 Gewinn 125 Euro in 90 Minuten Autor de Selza Mackenzie YouTube DAX Open End Turbo GB 2 A 97 11.06.2020 Zeitkurs 100 Pikes 8 Uhr 23 14 Euro 86 14 86 2.000 Euro 8 Uhr 30 15 Euro 14 15 14 2.000 Euro 8 Uhr 47 15 Euro 21 15 21 2.000 Euro 9 Uhr 6 15 Euro 97 15 97 2.000 Euro 9 Uhr 13 16 Euro 11 16 11 2.000 Euro Gewinn 125 Euro